Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist ärgerlich. Das ist, wenn man halt mal so früh reagiert, ne? Ja, 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 das war auch unüberlegt von mir und so. Hey, habe ich echt nicht drauf geachtet, dass der Tag hat. Das ist natürlich echt blöd. Echt blöd! Zum Glück habe ich Sicherheitsvorkehrungen getroffen, aber trotzdem ist das echt blöd. So, erstmal lassen wir den jetzt aufstehen. Nein! Wieso denn? Der ist hässlich, den will ich doch nicht haben. Du musst gar nicht glauben, dass der da lange rumsteht, ja? Jetzt mal ganz im Ernst. So, dann gucken wir mal, was so klappt hier. Da kann ich nicht das machen, was ich vorhin lauthals angekündigt habe. Das ist ärgerlich. Da steht er leider. Ich habe vorhin ein bisschen rumurakelt, ob ich nicht möglicherweise versuchen kann, mit Jaguul noch den zweiten Touchdown zu machen. Aber ich glaube, es wird nichts mehr. Wenn es überhaupt noch ein zweiter Touchdown wird, was ich jetzt auch erstmal zu zweifeln wage. Erstmal brauche ich hier einen Push, genau. Natürlich. So. Dann... ...bauche ich... ...würfelglück oder was? Ja. Würfelglück vor allem. Den Pushbruch. Ja, immerhin. Hätte schlimmer sein können, wa? Abgehen möchte ich. So. Den möchte ich aufstehen lassen. So, 36 Sekunden, ne? Hm, hm, hm. Das war's. Scheiße! Das war's. Das sollte was werden eigentlich? Äh, mit dem Ballträger sollte der da drauf aufnehmen. Ah, alles klar. Ja, aber doch, ja, den Push machen sollen. Ja, gut, okay. Und dann passend zu dem... ...Stärke 4, Humble. Hm, naja, klar. Jeder hat zu viel Elfen. Naja, okay. So. Na, sauber. Würde ich mal so sagen. Da liegt er doch gut für dich. Da liegt er für mich absolut brillant. Ich hab' aber mal wieder zu eng still nicht gedacht. Gut, das war jetzt wieder blöd von mir. Ach. Der dodgende Schwarzorg. Kennst du schon, ne? Hm. Wir probieren das einfach mal. Ne, wir machen zuerst das hier. Das ist clever. Ich suche mir mal einen von beiden aus, ja? Mach mal. Ja, einer reicht ja eigentlich auch in der Regel. Brauchst ja nicht zwei davon. Wollen wir mal gucken, ob mir das hier gelingt. Können wir zwei rote nochmal würfeln. Das ist schon ganz schön frech jetzt hier. Aber es gelingt. Zwei rote. Ne, danke. Das muss jetzt nicht zwingend sein. Ja, auch das ist toll. Das wäre natürlich jetzt frech, wenn mir der Dodge hier gelingt. Großartig. Hier. Ne, ne. Verhau den blöden Black Org, den Bösen. Ne, leider nicht. Ja, geh mal mit. Ne, schön. Ja, sehr schön. Also muss ich sagen, kann mich nicht beklagen. Ist super gelaufen. Und immer noch den Reroll über. Boah, warte. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich gucke die ganze Zeit auf den unteren Reroll. Boah, gut, dass das gleich ist. Kriegt da einen kleinen Schock. Warte mal. Ja, Grandpage bin gar nicht ich. Ja, ja. Das ist jetzt, äh, ah. Kann er natürlich noch reagieren. Ist ein bisschen hässlich, aber da können wir nichts gegen machen. Das gehört ja dazu. Durchschiebung. Aber ich muss sagen, ich, äh, bin begeistert, dass ich nicht ganz so viel auf der Fresse kriege, wie ich das von dem Org-Team erwartet habe. Oh, oh, oh. Das ist natürlich jetzt sehr geil für mich. Sehr, sehr geil. Ja, da wird der Jaguar wieder ganz ruhig. Ärgert sich noch ein bisschen in seinen Fäustchen. Nicht zu unrecht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, gut, aber... So viel Glück liegt es halt auch wirklich nicht. Ist halt manchmal so, wie es ist. Ja. So, was wollen wir jetzt als nächstes machen? Wir wollen auf jeden Fall... ...den da wegkriegen. Ja, wollen wir. Den wollen wir da hinbringen. Dann wollen wir mit dem da hingehen. Und wer mir zugeguckt hat beim Ausprobieren letzter Runde quasi, während der Jaguar gespielt hat, weiß, dass ich das hier vorhatte. Ja. Das war entscheidend. So, und alles andere ist jetzt nur noch Kür, also... Dann haben wir jetzt keine großen Sorgen mehr drum. Ah, schubsen wir mal ein bisschen was durch die Gegend hier. Hier könnten wir eins, zwei, drei, vier, fünf... Nein, da kommen wir nicht sinnvoll ran. Lex ist auch noch so ein Kandidat. Die sind beide so Kandidaten. Probieren wir es. Nein. Und tot. Und tot, da haben wir Blut. Regeneration Failure. Ja, nö, naiv. Das war jetzt nix, ne? Ganz schön blöd. Pöpäh. Ja, genau. Pöpäh. Das einzige Weibchen... Nein. Das einzige männliche, 40-jährige Wesen in einem schmuddeligen Feinrepotempf vor einer PS3 zu Hause, das sich als Mädchen im Internet ausgibt, ist jetzt leider tot im Team. Das ist natürlich... Schicksal, Pöpäh! Es ist only Porn in die Internet. Genau. So, gucken wir mal, ob wir zumindest einen dran stellen können. Nein. Ja, nee. Saubär. Ja. Ja, dann bedanke ich mich doch herzlichst für die wunderbare Gelegenheit, hier nochmal ein bisschen rumzuöckeln. Ja. Äh, gratuliere ich dir zu, bitte gerne, äh... Ja. Ich bin gierig. Und das zahlt sich aus! Ja, mh... Ja, mh... Ich wär verletzt. Äh, was? Ich? Ich,neath, du hörst, alles ist gut. So... Okay, komm! Mehr gibt's nicht. Äh, ja, warte. Ich überlege gerade noch. Ich möchte gerne den noch hauen. Möchte ich aber... Dann hier so machen mit dem. Was ist das denn? Borek? Ich will doch nicht Borek hauen. Verdammt. Aber ist eh nichts passiert. Will ich jetzt noch gieriger sein? Hier noch da einen Block? Ja, meinst du? Ja, natürlich. Du bist bekannter für gierig. Scheiß die Wand an. Ja, alles klar. Ich mache es. Ja, hallo. Ja, passt schon. Ja, da hat es jetzt gedacht, dass ich jetzt meine Game nicht bestraft. Aber nein, ist in dem Fall nicht so. Ich danke fürs Spiel und Ponder, bitteschön. Weite deines Amtes. Ponder, Fresse legen. Ich hätte ja wenigstens mal einen Sprint machen können. Ja, ja, ja. 2 zu 0. Ja. Ja, nee, super. Ja. War schön, gegen dich zu spielen. Wie immer, ne? Ja. Ich weiß. Was soll ich sagen? Ich kann es da auch nicht ändern. Aber ein Toter. Ja, komm. Ich denke nicht, Tor. Ich denke, Regeneration hat gewirkt. Nein, die hat nicht gewirkt. Deswegen ist er tot. Ein Failure. Der hat ein Failure bei der Regeneration. Er hat eine Eins gewürfelt. 60.000. Nein, rerun wir nicht. Passt. Ja, komm, wer ist MVP hier? Ah, Erfurt. Hm. Bei mir hat der Roddy den MVP bekommen. Unfassbar. Ja. Und Erfurt. Wie sich das gehört, ne? Beim Spiel seines Trauzeugen, ne? Ja, genau. Warum überhaupt kriegt Erfurt den, also, das ist echt, den, ich mag den schon jetzt nicht, den, den Blitzer. Also, ich hätte den gerne selber so. Ja, die Grundidee ist folgende gewesen und du bist da auch leider drauf reingefallen. Das Tick-Zack-Spiel sollte nur bewirken, dass du deine Black Orcs zusammenziehst, um eine starke Mauer zu bilden und meine beiden Mumien, die ja jeweils einen Punkt Stärke mehr haben und die eine, die Guard hatte, quasi in der Mitte aufhalten können, weil mit dem bin ich eh nicht schnell. Und dann mit meinen schnelleren Spielern zu reagieren, also, nur wieder zurückzuwechseln und du hast nur noch quasi deine Leinmann und ein oder zwei Blitzer über dir, aber alle nicht von der Stärke her so sind, dass du mir wirklich gefährlich wirst, wenn ich einen normalen Käfig aufbaue. Das war halt die Grundidee, einfach deine, deine starken Spieler quasi in der Mitte zu binden. Ich hatte zu Anfang überlegt, die Ampel in der Mitte zu binden. Also, die kleinen Jungen in die Mitte zu stellen, hätte ich wahrscheinlich auch eher machen sollen bei deinem Angriff. Ja, ja. Naja, mal gucken, wie viel Geld habe ich eigentlich gekriegt? 40.000. 40.000, dafür kann ich mir auch nicht mal mehr einen Leinmann kaufen. Naja. Nee, ich fürchte nicht. So, machen wir mal hier auf Next. Dann sehen wir nämlich gleich das Team. Zack. Ja, kein Level ab. Nee, ich auch nicht. Eiskopf ist kaputt. Was hat er denn? Verpasst das nächste Match. Tja. Nicht schade, also ist das irgendwie nur keine permanente Verletzung, aber er verpasst halt das nächste Match. Ja. Dann also. So, ja, Nuna Eve ist halt hier vom Roaster gestrichen. Zack, weg. Macht aber nichts. Wir haben ja Ersatzskelette. Und ich kann jemand anderen aus dem Forum, muss ich jetzt quasi, erheben in den Stand mit der spielenden Spieler. Und da fällt mir auch schon einer ein, weil ich ja hier noch einen Ghoul brauche, den ich mal ersetzen muss, quasi nehme ich hier rein den Shurik. Buing. Zack. Der Teamname ist Invalid. Äh, der Name ist Anvil. Wieso ist Shurik Invalid? Doppel R, Doppel E. Habe ich den schon, den Spieler? Shurik. Nein, habe ich nicht. Oh, du hast irgendwen vergessen. Irgendwen hast du doch vergessen. Cool. Ja, der hat mir aber Shurik als Invalid angezeigt. Doppel R, Doppel E, ja. Ja, so kann ich ihn kaufen. Mit einem R ging es nicht. Ach, Reek. Wegen Reek. Du hast Junkie noch gar nicht. Du kannst auch Junkie wählen. Junkie hatte ich, ist Junkie nicht schon gestorben? Ja. Oder ist Junkie schon gestorben? Irgendeiner war mir schon mal gestorben. Orkie ist gestorben und Jester ist gestorben. Ach, Orkies und Jester. Richtig, stimmt. Junkie fehlt mir auch noch. Siehst du, das ist dann der Nächste. Junkie, du bist nicht komplett vergessen. Ich muss dich dann als Nächsten einsetzen. So, aber da haben wir unseren zweiten Goal wieder zurück. Das ist schon mal ganz angenehm. Dass ich keinen abhabe, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber kann man nichts machen. So, jetzt quatsch ich nicht so viel. Ja, ach so. Ja, gut, alles klar. Ja, danke fürs Zuschauen. Erinnert euch dran, ihr dürft mich alle gerne battlen. Einfach eine Challenge aussprechen. Mich anschreiben auf den YouTube-Kanal. Ich akzepte die Challenge. Und dann gibt es ein Spiel gegen mich, das ihr dann auch gerne fliehen dürft. So, der ja gut das immer macht. Ja, ein Ligaspiel, dem wir uns wieder freuen. Ja, gut, das stimmt, ja. Da hast du zerbrechlichere Spiele. Ja, das wird lustig. Das ist übrigens das nächste Spiel, was in der Liga kommt, ist das Spiel gegen den Jaguul. Und weil wir so wenig gegeneinander spielen, genau wollte ich gerade sagen, machen wir nicht nur zwei, nein, wir machen drei Spiele hintereinander, gegeneinander. Jawohl, ja. 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 Ist mir auch der liebste Gegner. Ich, ne? So, jetzt mach Schluss. Du hast nichts mehr zu sagen? Alles klar, dann würde ich sagen, ihr habt lange genug uns zuhören müssen. Wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.